Musik Musik Mit dem Aufbau von Schloss Hohenfels am Bodensee Musik 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 In diesem Zuge wollen wir Ihnen nun die Gelegenheit präsentieren Partner des Weltenwandlerzentrums Schloss Hohenfels zu werden. Wie? Ganz einfach. Unter 77 Zimmer des Tagungszentrums sind je einem der großen Weltenwandler gewidmet. Von Albert Schweitzer und Astrid Lindgren bis hin zu Sophie Scholl oder Wassily Kandinsky. Wenn Sie Pate eines dieser 77 Weltenwandler werden wollen, erhalten Sie damit einen veritablen Ehrenplatz in dem Walk of Fame von Schloss Hohenfels. Mit Ihrem Engagement unterstützen Sie einerseits den weiteren Aufbau des Weltenwandlerzentrums Schloss Hohenfels und gleichzeitig präsentieren wir Sie im Gegenzug in einer gewogenen Öffentlichkeit als einem Partner, dem Städten der Künste und der Wert des Friedens ein Herzensanliegen sind. Musik 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 Ihr Engagement wird Beachtung finden, denn wir präsentieren Sie in einem nicht unbekannten Schloss. Denn Schloss Hohenfels war bis vor kurzem noch ein Standort der Schule Schloss Salem, in dem die Könighäuser Europas, Wirtschaftskapitäne, Nobelpreisträger und hochrangige Politiker zu Hause waren. Wie durch ein Wunder ist dann dieses geschichtsträchtige Anwesen kürzlich in unsere Hände gekommen. Jetzt denken Sie vielleicht, dass wir ein typischer kommerzieller Hotelkonzern sind. Wir sind ein Verein und unser Traum ist, Städten zu bauen, in der nicht das Haben, sondern das Sein der Grundwert des Lebens sein darf. Wir sind überzeugt, dass es in unserem Zeitalter der kriegerischen Konflikte, der Klimakrise, der Corona-Pandemie darauf ankommt, dass Kulturoasen erschaffen werden, die Lichtpunkte für den notwendigen Bewusstseinswandel bilden können. Wie können Sie nun konkret Pate für das neu entstehende Weltenwanderzentrum Schloss Hohenfels werden? Zunächst müssen Sie nichts anderes machen, als sich für eine berühmte Persönlichkeit zu entscheiden, für die Sie Pate werden wollen. Im Gegenzug werden wir Sie dann als Unterstützer in der Öffentlichkeit bekannt machen. Sie erhalten also direkt neben dem Weltenwandlerzimmer eine Tafel, auf der Sie den zahlreichen Besuchern präsentiert werden. Unterstützer können übrigens sowohl Personen als auch Organisationen werden. Ihre Teilnahme bei Weltenwandler Partner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Erstens, Sie bringen Ihren Namen oder den Ihrer Firma im Zusammenhang eines gemeinnützigen, weithin bekannten Projekts zum Leuchten. Zweitens, auf Wunsch nennen wir Sie zudem auf der Webseite weltenwandler.partners als Unterstützer. Drittens, Sie werden von Anfang an Teil des bestehenden Weltenwandler-Netzwerks, das Sie künftig mitnutzen können. Viertens, Sie bekommen für die Dauer Ihrer Unterstützung 10% Rabatt auf sämtliche Buchungen. Das ganze Jahr bieten wir Ihnen als Pioniere zu einem Freundschaftspreis an, der bei 500 Euro für eine ganzjährige Werbung beginnt. Natürlich können Sie frei entscheiden, ob wir Sie ein oder mehrere Jahre als Weltenwandler-Organisation präsentieren sollen. Werden Sie also Patin oder Pate für das Weltenwandler-Projekt. Wir sind davon überzeugt, dass sich Ihr Engagement dafür auszahlen wird. Denn nicht zuletzt wird die Weltenwandler-Persönlichkeit, die Sie dann speziell unterstützen werden, ob Mahatma Gandhi, Mutter Teresa oder Henri Donaud, ihren Glanz auch auf Sie wieder zurückstrahlen lassen. In diesem Sinne wäre es mir und uns eine Ehre, wenn auch Sie sich bei diesem Vorhaben beteiligen würden, das vielleicht auch für Sie und uns wieder ein kleines Wunder bewirken kann. Ihnen für Ihr Mitwirken auch im Namen der Weltenwandler-Initiative mein Dank von Herzen. Vielen Dank für's Zuschauen.